Was ist für ein Unternehmen unerlässlich, um sich dauerhaft am Markt behaupten zu können? Richtig, Spitzenqualität mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, Innovation und Service. Und was noch? Das A&O ist ein funktionierendes Mitarbeiter-Team mit Spaß an der Arbeit. Einem guten Wirrgefühl, Motivation, Kompetenz und Anerkennung. Auch eigene Perspektiven im Betrieb. Sind all diese Punkte in Ihren Teams stimmend? Nutzen Sie zur Klärung das Präzisionsinstrument Betriebsklimacheck.